Zu den Mieze-Katzen, ja. Die Mieze-Katzen. Die Mieze-Katzen, die müsst ihr 13,5 Jahre begleiten, ja. Solange wie ich nicht mehr bei meinen Eltern zu Hause wohne, solange begleiten mich die Mieze-Katzen. Die sind nämlich genau von dem Hof dort, ja. Solange. Die Lotte und die Mola. Die hab ich so sehr lieb, ja, dass ich jedes Mal heulen muss, wenn ich nicht in ihrer Nähe sein kann. Und die wohnen seit 2014 im Kuradis. Seit 2014. Damals lebte meine Omi noch. Die hatte die noch zwei Monate um sich, ja. Und dann kam meine Mutter hin, zu meinem Opa. Und dann hat die Mami für die Katzen gesorgt, ja. Dann hat sie auch mal für die Katzen gesorgt, damit ich nichts mehr verkaufen musste, nur um Katzenfutter zu kaufen. Und was stehst du? Und dann ist der König ins Kuradis gezogen. Und das Einzige, was er zu tun hat, ist doch einfach nur die Katzen und die Nutze versorgen. Als Miete kann er auch mal das Katzenfutter bezahlen. Ist das denn so schwer? Und warum geht das denn noch nicht? Jetzt hat er komplett auf Geld verzichten. Und das haben wir anders Regeln. Das sind meine Katzen. Wie blähen wir so? Versteht ihr, was ich mit dem Typen da draußen nicht leben kann? Das ist ein Feier-Hast-Typ. Das ist der Hasser. Der liebt nichts mehr. Also der ist Polamidon-abhängig. Das ist ein Heer-Hast-Typ. Ja, das ist er. Der ist ein Haar-Hast-Typ. Das ist ein Arschloch, wenn's sein muss. So ist das. Der weiß, dass seine Mutter verkaufen. Das will er machen. Er hat keinen Anstand mehr. Keinen letzten Funk-Anstand mehr. Von niemandem. Höchstens von seinen Alten. Aber alle Menschen sind dem scheißegal und meine Katzen sind immer auch scheißegal, haben die ja nicht. Das ist kein Mensch, das ist mein Ungeheuer, der König. Klapp dich, meine Katzen liebe ich über alles, über alles, über alles. Das ist immer das Wichtigste und ich muss mitzählen, wie die leiden, das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Patrick, an der Hinten überfresse, mach lieber Selbstmassen, ein anständiges, ehrliches, offenes Video, du dummer Schreiberling.